Heute Salon-Pokalfinale. SV Elversberg gegen den 1. FC Saarbrück. Da sehe ich schon mal die ersten Saarbrücker Fans. Momentan der einzige Elversberger. Naja, ich hoffe auf ein faires und spannendes Spiel. Und ich hoffe nicht, dass ich wie beim letzten Mal mit den Saarbrücker Fans hochlaufen muss im Stadion. Aber diesmal weiß ich, wo jetzt der Block C1 ist. Ich habe jetzt mal erklärt, wie lange ich dabei bin. Seit 2013 schon. Oh, so kommt! Jetzt habe ich noch gerade mit Saarbrücker Fans im Bild gemacht. Oder nicht so oft vor. So, also nach Saarbrücken. Und da sind wir schon. Ich habe echt die Befürchtung, dass ich der einzige Elversberger, der mit den Saarbrückern Fans hochlaufen muss. Saarbrücke X Elversberg. Auf ein gutes Spiel, Alter. Auf jeden Fall. Ciao, mach's gut. Also, so oft kommt das auch nicht vor. Es gibt schon manche, ja, gute Saarbrücker. Das letzte Mal, als wir gegen Saarbrücken in dem Stadion gespielt haben, da hatten wir 4-1 gewonnen. Also, ich denke nicht, dass es heute genauso ausgeht. Und kann mir bitte jemand sagen, was gestern bei der Relegation falsch gelaufen ist? Weißt du was? War gestern richtig unnötig. Zweimal wurde das Spiel unterbrochen. Heute ist ja noch DFB-Pokalfinale. Leipzig gegen Frankfurt. Bitte Frankfurter, mach das Ding! Also, an alle Leute, die es noch nicht wussten, ich bin seit 2013 schon Fan von Elversberg. Damals waren wir auch schon in der 3. Liga, sind aber direkt wieder abgestiegen. Ich war schon damals bei der Relegation gegen Unterhaching dabei. Das hat leider nichts gebracht. Und ein paar Jahre später sind wir einfach mal in der 2. Liga. Und das hat eigentlich rein gar nichts mit Erfolg-Fans zu tun. Wir sind da. Ab zu der SVE. Lasst an dieser Stelle schon mal ein kostenloses Abo da und ein Like. Es fehlen nur noch 16 Abos, bis zu 700. Ich glaube, ich bin der Einzige, der mit Saarbrücker-Fans hochgelaufen ist. Prost. Auf ein gutes Spiel. Ich grüße meine Oma. Danke schön. Bitte schön. Achso, Grüße gehen raus an Leo. Hoffentlich rocken wir das Spiel. Prost. Auf der Seite von Saarbrücken sollen 12 Spieler verabschiedet werden. Zwölf. Saarbrücker-Spiele verabschiedet werden. Der Spieler der Saison mit Waldemar. Jetzt werden erst mal zwölf Saarbrücker-Spieler verabschiedet. Lieber Adriano. Haben die nächste Saison noch eine Mannschaft. Das erste Saison mit der Saison für Südde-Wilmerstadt. Nebittfeiler-Heiligenwein und der S.V. Bündigen. Die Saison für Südde-Wilmerstadt. 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 Nicht so schlecht. 2, 2, 3... 1 zu 1 Gegner! Erl Erlacht 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 Luka Pickert Luka Pickert Habs gemacht Nice UNTERTITELUNG Applaus F-Meter Ja! Es zählt dafür etwas, Bernd. Das könnte es 2-1-2. 2-2! Es geht jetzt in die Verlängerung, nach 2-2, nach 19, 90 Minuten. Ich habe es befürchtet, ohne ehrlich zu sein, dass es in die Verlängerung geht. Ja! 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 2. Teil! Oh, das war doch ganz schön! Ja! 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 Wir wollen den wholeen nichts noch presente. So. Jetzt geht es weiter mit der ersten, mit der zweiten Hälfte der Verlängerung. Man merkt, dass der Brücken jetzt Druck macht! Okay, es sind nur, es sind nur fünf Minuten. Wir führen knapp mit 2-3. Ordentlich können wir das halten. Von Zerbrücken kommt rein gar nichts mehr, nur noch Elberspärs. Also, was für ein geiles Finale, bitteschön. 2 zu 3, knapp gewonnen. Joschi! Jungs, addet den Joschi auf YouTube, auf geht's! Ihr wisst Bescheid! Abonnieren! Ich werde mal sagen, der Zerbrücken kommt. Der Zerbrücken gehört uns! An dieser Stelle war's das mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben! Smell ich den Abo-Button, um die Zweitligaspiele nicht zu verpassen. Und ich werde sagen, wir sehen uns in der zweiten Liga. Bis dahin haut rein! Ciao!